hallo 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 hier ist der festdichter mit einem neuen video zum 70 geburtstag von umi kann vom enkel vorgetragen werden oder von den kindern oder von jemand anderem lässt sich auch ganz gut anpassen und ich starte einfach mal zum 70 geburtstag von umi es war einmal vor vielen jahren vor 70 um genau zu sein da war ein mädellein geboren sie war ein echter sonnenschein alleine war sie nicht gewesen stattdessen waren's fanta vier und weil sie alle gerne feiern sind zum feiern alle hier natürlich kam dann eines tages auch ein edler rittersmann und weil die liebe auch dabei war hielt um ihre hand er an sie sagte ja und ließ sich freien und die hochzeit war vermoß in den nächsten zwei jahrzehnten zogen sie ein wunder groß ein wunder kommt nicht gern alleine und irgendwann war es soweit es kam ein kleiner sonnenschein und umi hat sich sehr gefreut aus 70 jahren ein kleiner rückblick und viel wurde noch nicht gesagt wir freuen uns auf die nächsten 70 okay ein bisschen sehr gewagt auf alle fälle sind wir heute zusammen mit schnaps wein und bier super gelaunt und fit wie früher umi wir gratulieren dir ja das war es schon kam auf alle fälle sehr gut an kann ich sagen wenn es dir auch gefallen hat in den kommentaren lassen kanal abonnieren nicht vergessen ich mache noch einen link rein zu meinen zwei im großen buch der festgedichte bis zum nächsten video festdichter schau schau